ja mein sieh youtube ist wieder mal eurer nefer vom blog willkommen zu meine kraft zweifel ja wir waren ja wir hatten ja letzte folge uns diesen komischen generatoren fertig gebaut glaubt der funktionierte auch ja machte er so jetzt zwar das interessiert euch vielleicht nicht aber vielleicht interessiert es auch doch die wenn ein ich hätte jetzt fast ohne musik heute wieder aufgenommen weil ich hatte gerade paar mal versucht an dieses aufnahmegerät die musik einzustellen der wollte den ordner nicht öffnen wo er die abspielt ich kann euch auch nicht verraten wieso ja deswegen kommt auch zwei pfeile vier knochen und zwei zombie fleisch in frage weil ich stand ja noch an den kabel generator der hatte ich versucht letzte folge ja die musik einzustellen und dann wurde oder diese folge ja und da war ich schon etwas länger auf dem server und da kommt ein skelett um die ecke und den musste ich natürlich umbringen sonst ja wäre ich nicht mehr am leben darauf hätte ich jetzt eigentlich gar keinen bock weil ich wollte mir ja jetzt gleich geht mal was macht die sonne steigt ja dann lasse ich eben den weizen hier stehen bringen die scheiße im weg hol mir eine karte und guck mal nach dieses tropen holzbräder geben könnte alles drauf gucken wir jetzt mal eben nicht auf sortierung einfach frage da ist er futter brauche ich noch ab zum schmelzen so dann gehen wir mal auf leichte wanderschaft so wo waren wir hier so wir verschwinden nach dahin ich glaube hier hatte ich auch noch wo ich die alle die karte geöffnet habe ganz am anfang wo ich die gesucht habe das wildschat dorf hier ein sumpf gefunden ja so perfekt auf leder wollte ich auch noch gucken das ist sand aber ja nach einem anderen stil an links suchen ist das auch sand nein das ist nicht so ja so schnell wie das jetzt gegen müsste da sogar effizient ja ist sogar schnell war und das für unter wasser allein schon mal gesagt ist das eigentlich ziemlich schnell aber wenn man jetzt eine normale spitze schippe nimmt ich nehme nur noch dieses mit dann gucken wir mal eben nach dem tropen holz habe ich noch holz dabei habe ich ne wenn ich kenne müsste im bett ne müsste ich nur noch im schäfken suchen ja da können wir mal so lang laufen ja das schaffst du nicht leider dass das diese komischen schwarzen bretter ist die mal nachgucken was das für bretter sind ja die man nicht gerade haben will tropenholzer müsste ich schon glaube ich im dschungel finden die kohle ladet aber gerade richtig ein halberkeitsbuch machen für unsere glückseinspitzakadier und deswegen wollte ich mir leder auch noch besorgen also es ist jetzt so eine kleine tour erstmal so kohle sehe nämlich die mir mit so eine kuh kann man sich mal mitnehmen ja die tour hatte ich jetzt eigentlich diese folge geplant vielleicht dann woanders schlafen und dann nächste folge vielleicht noch mal ein bisschen suchen und dann nach hause wiederkehren ja aber dafür müsste ich jetzt nicht so viel kohle finden und mitnehmen dann gehen wir einfach mal damit das nicht passiert hier müsste ich nach oben kommen so weil wir müssen ja auch noch ein schaf finden sonst wo ist die sonne da ist sie wenn ich jetzt kein schaf finde laufe ich freiwillig nach hause weil ich habe keinen bock zu sterben auch wenn ich dass diese noch nicht gewesen wäre bierke das ist auch schon mal was schmooves die brauchen wir auch noch das ist ein perfekter birken ding wo lichten der also eigentlich auch perfekt an unserer haus also an unserer haus perfekt perfekt sowas sieht man eigentlich ziemlich gern wird jetzt aber mal lieber drei schafe zu gern sehen ja zumindest ich bin gleich zu hause das weiß ich jetzt schon kürbis hatten wir die nicht schon oder hatten wir die noch nicht ja wir können ja eh nochmal zurück diesmal ist es kein bug es gab nämlich mal da hatte ich auf diese andere auch gewonnen auch so eine anfangskiste gehabt ja und dann dachte ich schön oh geil funktioniert jetzt auch ich komme jetzt genau in der nacht rein ja dann fangen wir die tour halt nächste folge oder holen wir uns jetzt ein bisschen wolle ich hoffe ich sterbe jetzt nicht oh scheint einfach nichts passiert zu sein da waren schon die ersten zombies ich habe jetzt aber keinen bock mich zu prügeln deswegen machen wir mal einen kleinen bogen drum warum du nicht ah das war mir so klar nicht der kürbis ah warum warum oh mann ich dachte ich könnte mir so die schuze dieses blöde kleine kackt skelett so altes kleines klappergestell so jetzt den stellen wir da hin da haben wir wolle drei was ein mal oh den nehmen wir mit den kann im ofen das nehmen wir mit das kann im ofen dann kann das im ofen äh papier kann ich eben machen das ist das letzte was ich dann heute eben mache zwei zwei hier kann ich machen oh brauche ich sechs papier zwei warum mache ich die bücher nicht auch gleich zwei zack 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 dann brauche ich eben äh da müsste die da war lapis das nehmen wir jetzt mal eben alles mit so das ist dann auch der ende der folge wenn wir die bücher durch haben ja dann nehmen wir halt ein schützgen warum warum immer noch nicht mann das wäre jetzt noch ein schöner start zum ende gewesen aber trotzdem wenn es euch heute gefallen hat drücken gerne das däumel hin nach oben lasst mir ein abo da tschüss fürs nächste mal euer rené von blog tschüssi